Nachdenkseiten Die kritische Website Soweit man einen Kopfhals schütteln kann, der bis zum Hals im Arsch der Amerikaner steckt. Ein Kommentar von Tobias Riegel Wir erinnern unregelmäßig an wichtige, aber ignorierte Zwischenrufe ab 2014, heute die Anstalt Panorama Fritz Pleitgen, die zeigen, man wusste spätestens 2014, dass der Maidanumsturz und die darauffolgende Aufrüstung der Ukraine-Europa in den Krieg führen können. Nicht zu viel Entspannung hat zum Krieg geführt, sondern zu wenig. Anti-russische Scharfmacher, die seit 2014 falsch schlagen, haben heute trotzdem moralisches Oberwasser. Die in diesem Artikel genannten Beispiele zeigen außerdem, wie der damals schon kleine Debattenraum seither nochmals radikal verengt wurde. Hinterher ist man immer klüger Diese Ausrede gilt im Fall des Ukraine-Krieges nicht. Neben vielen anderen Stimmen, heute meist verstummt, haben auch die Nachdenkseiten lange davor gewarnt, dass die propagandistische Feindschaft gegenüber Russland, die Sanktionen und das Ignorieren aller russischen Sicherheitsbedenken einen Krieg provozieren könnten. Das bedeutet keine politisch-juristische, moralische Bewertung dieses Krieges, sondern nur die Feststellung, dass gewisse Reaktionen auf die westliche Geopolitik absolut voraussehbar waren. Dass aber diese Politik trotzdem in skrupelloser Weise und sehenden Auges fortgesetzt wurde. Zum Nachteil aller europäischen Bürger und zugunsten von US-Interessen. Die Akteure, die diese von vielen Seiten erklingenden Warnungen ignoriert oder verteufelt haben, tun jetzt so, als hätten sie Recht behalten. Bewiesen sei das durch den russischen Einmarsch. Wer aber sagt, zu wenig Entschlossenheit gegenüber Russland hätte zum Ukraine-Krieg geführt, stellt die Tatsachen auf den Kopf. Rückblicke sind oft tragisch, all die verpassten Chancen. Und? Was war damals noch alles möglich, etwa an Meinungsäußerungen? Was wusste man alles und hat es all die Jahre bewusst ignoriert? Wie viele Menschenleben hätten gerettet werden können? Wie viel Wohlstandsvernichtung und damit soziale Zuspitzung wäre verhindert worden, wenn die US-Grüne Propaganda in, vor allem den letzten zehn Jahren, nicht so erfolgreich gewesen wäre? Was man 2014 noch sagen durfte Das markige Zitat in der Überschrift stammt von 2014 vom TV-Kabarettisten Max Uthoff, die Anstalt ZDF, und bezog sich satirisch auf Pressereaktionen zum damaligen Aufruf zu mehr Entspannung gegenüber Russland von 60 prominenten Persönlichkeiten. Wir hatten kürzlich, verlinkt innerhalb des Artikels, an diesen Aufruf erinnert. Komplett lautet Uthoffs Aussage Dass die Unterwerfung unter US-Interessen nicht durch eine destruktive Unterwerfung unter russische Interessen getauscht werden sollte, ist im Übrigen selbstverständlich. Es geht um Ausgleich und um die Verhinderung von Krieg durch die Anerkennung von einleuchtenden Sicherheitsbedenken des jeweiligen Gegners. In der betreffenden Anstaltsendung vom Dezember 2014 wurde auch die damals neue Regierung in der Ukraine thematisiert. In einer kabarettistischen Form, wie sie heute kaum noch möglich erscheint. Angesprochen werden in dem verlinkten Video ab Minute 041 etwa die offensichtliche Unterwanderung dieser Regierung vor allem zugunsten von US-Interessen und die Existenz ukrainischer pro-westlicher Nazis. Uthoffs satirisches Format auch zum damals von Kiew begonnenen Krieg gegen die Volksrepubliken in der Ostukraine. Wunderbare Regierung, die dringend unterstützt werden muss bei der weiteren Bombardierung der Zivilbevölkerung im Osten des Landes. ARD 2014 Putsch in Kiew Welche Rolle spielen die Faschisten? Ebenfalls 2014 konnte man in großen Magazinen wie dem Stern noch verlinkte Artikel wie diesen von Mossen Massarat finden. Dort heißt es etwa Zitat Ende Sogar im Spiegel wurde 2015 über Verbrechen von Rechtsradikalen in der Ukraine berichtet. Zum Beispiel in einem verlinkten Artikel über das Massaker von Odessa. Zwar ist der Text gespickt mit Verzerrungen, aber immerhin wurde das Ereignis damals thematisiert. Und in der verlinkten ARD-Sendung Panorama wurde 2014 noch gefragt Putsch in Kiew Welche Rolle spielen die Faschisten? Im Beitrag wird zunächst ein Zitat des russischen Präsidenten Wladimir Putin von 2014. Die Willkür, die von Neonazis, Nationalisten und Antisemiten ausgeht, bereitet uns am meisten Sorge in der Ukraine. Der Kommentar von Panorama Schwer zuzugeben, doch in diesem einen Punkt hat Putin nicht ganz Unrecht. Die damit entstandene Zerreißprobe geht aufs Konto der EU. Kürzlich hat Global Bridge daran erinnert, wie Recht der ehemalige Intendant des Westdeutschen Rundfunks Fritz Pleitgen hatte, als er im Jahr 2014 über die Ukraine-Krise schrieb. Die EU hat mit ihrer Forderung an die Ukraine, sich in ihrer Ausrichtung zwischen der EU und Russland zu entscheiden, die ukrainischen Eigenheiten und Realitäten klar missachtet. Die damit entstandene Zerreißprobe geht aufs Konto der EU. Die Europäische Union hat nicht nur ein Assoziierungsabkommen mit der Ukraine, sondern ebenfalls mit Georgien und Moldawien vorbereitet und inzwischen auch politisch abgeschlossen. Zitat Ende Global Bridge weist auch auf einen aktuellen verlinkten Artikel des US-Politologen Jeffrey D. Saxon, in dem er schreibt, Tatsächlich wurde der Krieg von den USA auf eine Art und Weise provoziert, die führende US-Diplomaten schon seit Jahrzehnten im Vorfeld des Krieges vorausgesehen hatten, was bedeutet, dass der Krieg hätte vermieden werden können und nur durch Verhandlungen beendet werden sollte. Man wusste 2014, wo das hinführt. In der bereits oben angesprochenen Panorama-Sendung wurde bezüglich der westlichen Unterstützung für eine fragwürdige Regierung in Kiew bereits 2014 die zentrale Frage gestellt, Motto, der Feind von Putin ist mein Freund. Ob so eine Strategie aber zum Frieden führt? Heute wissen wir, nein, diese Strategie hat in den Krieg geführt. Wir wissen auch, dass man das bereits 2014 hätte wissen können. Aktualisierung vom 26.05.2023, 11.30 Uhr Im ersten Absatz wurde das Wort Putsch durch Umsturz ersetzt. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Inhalte Wie momentan